Hallo ihr lieben Wiedergeborenen und Wiederaszendenten, herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Party und Freundschaft sind diesen Monat für euch groß geschrieben. Für manchen Widder heißt es auch Friends with Benefits. Da kann die Liebe im Freundeskreis zuschlagen. Das schauen wir uns gleich näher an. Gut möglich, dass ihr eine ganz persönliche Beratung braucht, wo wir uns das alles in Bezug auf euer Horoskop anschauen können. Dann meldet euch bei mir. Ihr erreicht mich ganz einfach über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranusberatung zu gewinnen. Da geht es darum, was der Rebell und Erfinder unter den Planeten in eurem Horoskop in den nächsten Jahren so mit euch vorhat. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Zum Eintritt von Uranus in den Stier gibt es auch ein neues Special von mir. Wind des Wandels mit einem besonderen Beratungsgeschenk. Das solltet ihr euch anschauen. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Und das gibt es als Video oder auch als Buch zum Nachlesen. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen vom Juni an und die sind für euch wahrhaftig ganz schön prickelnd. Für Widder in fester Beziehung beginnt der Monat mit sehr schönen Romantik-Konstellationen. Nehmt euch für das erste Juni-Wochenende was vor, zum Beispiel Zeit mit eurem Schatz zu verbringen. Wenn ihr Familie habt, sind es auch sehr schöne, harmonische Tage mit euren Lieben. Singles unter euch werden bestimmt im Juni heftig flirten und die größten Chancen habt ihr, wenn ihr mit euren Freunden zusammen loszieht oder wenn ihr euch für eure Hobbys oder in einer Gruppe engagiert, also mit Gleichgesinnten. Wenn ihr mit denen zusammenkommt, kann es dann auch funken. Problematisch an dieser Konstellation ist, dass die Liebe auch im Freundeskreis zuschlagen kann und wenn dann einer schon gebunden ist oder es anderweitig nicht funktioniert, dann kann das Herzschmerz mit sich bringen. Besonders das zweite Juni-Wochenende ist etwas gefährlich für euch. Am 13. Juni ist der Neumond im Zeichen Zwillinge und gleichzeitig geht die Venus ins Zeichen Löwe und beides ist für euch sehr vorteilhaft, sodass ihr bestimmt für den Rest des Monats keine Party auslasst und sehr unternehmungslustig seid. Die Venus im Löwen steht in einem super Aspekt zur Widder-Sonne und der bleibt euch bis zum Monatsende erhalten. Bei der Neumond-Meditation könnt ihr gut darüber nachdenken, was ihr in den kommenden vier Wochen Neues lernen wollt. Auch für einen Kurztrip, zum Beispiel eine Städtereise mit der Erfahrung, sich in einer Fremdsprache zu üben, würde bis zum nächsten Neumond unter guten Sternen stehen. Der 16. und 17. ist ein großartiges Party-Wochenende für euch. Trotz dieser angenehmen und geselligen Konstellationen raten euch die Sterne in Gesprächen und Diskussionen ein bisschen vorsichtig zu sein. Der typische Widder ist ja gerade raus und hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, aber im Juni sind eine Menge Leute empfindlicher als sonst. Besonders Krebse, Wagen, Stiere und Löwen der ersten Dekade und sogar die Steinböcke und Wassermänner sind gereizter als sonst oder schneller persönlich getroffen. Wenn ihr also einen Partner oder Flirtpartner aus diesen Zeichen habt, ist ein bisschen Feingefühl und Zurückhaltung angebracht. Heikle Themen könnt ihr getrost auf den Juli vertagen, dann stehen die Sterne besser. Im Juni sollte man wirklich lieber zusammen feiern und was Schönes erleben und nicht gerade Probleme ansprechen und andere auch nicht kritisieren. Als Widder provoziert ihr ja ganz gerne und meistens ist das ja auch witzig und überhaupt nicht böse gemeint. Aber gerade in der zweiten Junihälfte können solche Sticheleien nach hinten losgehen. Am 21. Juni um 12.07 Uhr ist Sommer Sonnenwende und die Sonne geht ins Zeichen Krebs. Das ist euer Sonnenhaus der Familie. Das ist schön für einen Familienurlaub, bei dem ihr euch sogar zu Hause wohlfühlen würdet. Wenn ihr verreist, dann solltet ihr euch ein Häuschen oder eine Wohnung mieten, in der ihr euch wie zu Hause fühlen könnt. Eine einschneidende energetische Veränderung kommt dann für euch in der Nacht zum 27. Juni. Dann wird nämlich der Mars rückläufig. Und zwar hier im Wassermann bei euch im Haus der Freunde. Und der Mars ist ja euer Herrscherplanet und deswegen steht ihr ganz stark in Resonanz mit dieser Energie. Wundert euch nicht, wenn in den kommenden zwei Monaten viele Aktivitäten oder auch Sachen, die ihr schon angefangen hattet, auf einmal nicht mehr vorangehen. Das betrifft bei euch vor allem eure Freundschaften. Vielleicht zieht sich da jemand zurück. Auch falls ihr einen heißen neuen Flirt angefangen habt, kann das bedeuten, dass ihr auf einmal auf Widerstand stoßt oder dass das Objekt der Begierde für euch nicht mehr erreichbar ist. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch merkt, dass der Mars Ende August wieder direktläufig wird. Bis dahin müsst ihr euch in Geduld üben, aber ihr dürft auch hoffen, dass die Angelegenheit im September wieder in Gang kommt. Auch ein angefangener Flirt meldet sich dann wahrscheinlich noch mal zurück oder eine freundschaftliche Situation kann sich dann wieder klären. Beruflich können Projekte natürlich auch ins Stocken geraten mit dem rückläufigen Mars. Denn das 11. Haus der Freundschaften ist auch eins der Karrierehäuser und betrifft wertvolle berufliche Beziehungen und auch euer Team im Job. Am besten ihr nehmt zwischen Ende Juni und Ende August irgendwann Urlaub, dann verpasst ihr auch nichts. Davon abgesehen gilt auch hier, dass es am besten ist, die Situation mit Geduld auszusitzen. Ihr könnt während der Zeit kaum etwas erzwingen. Vertraut darauf, dass es ganz normal ist, dass in dieser Zeit persönliche Projekte und auch berufliche Angelegenheiten einfach länger dauern und dass es Verzögerungen geben kann. Das ist so ähnlich wie bei dem rückläufigen Merkur, nur dass es beim Mars eher mit der Energie der Leute zu tun hat. Irgendwie ist dann kein Schwung mehr da oder die Begeisterung lässt nach oder wenn es schlecht läuft, streitet man sich womöglich um Vorgehensweisen. Man kommt einfach nicht recht ins Handeln und wenn man Druck ausübt, gibt es nur Gegendruck. Da hilft nur meditieren und sich in Gelassenheit üben. Immerhin sorgt die Venus im Löwen noch bis zum 9. Juli dafür, dass der Spaß und die Kreativität trotzdem nicht zu kurz kommen. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus durch euer Leben weht. Und darum geht es auch in meiner Verlosung. Ich verlose diesmal eine Uranusberatung und darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus im Stier für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch unbedingt auch mein neues Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.